Servus Leute, willkommen zurück zu einem neuen TCG Opening. Heute machen wir mal wieder was etwas, ja mittlerweile sogar schon älteres von Pokémon auf und zwar ein Set, weil ich zuletzt vor sieben Monaten aufgemacht habe und zwar machen wir heute auf Pokémon Go in Deutsch. Dazu habe ich mir diese wunderbare, ich hol es mal gerade hier her, strahlende Evoli Premium Kollektion geholt. Na ja, ich habe mir gedacht, nachdem wir das letzte Mal ja ein riesiges Opening hatten mit über 60 Boostern oder genau 60 Boostern, machen wir heute mal was kleines, feines auf, nämlich nur diese Box, 8x Pokémon Go, sehr, sehr geiles Set. Schon sehr, sehr lange, wie gesagt, nicht mehr aufgemacht, sieben Monate ist es her und da habe ich mir gedacht, gehen wir einfach mal ganz auf entspannt, ganz auf schnell rein. So, wir gucken nochmal kurz, weil es eben schon so lange her ist, was hier für Karten drin sein können. Wir gehen hier beim Pokélector auf Pokémon Go, ist ein Holiday Set, also kleines Set, nur 78 Karten und 10 Secret Rares. Und was haben wir denn überhaupt schon so gezogen? Wir haben schon gezogen, zweimal das strahlende Bisa Flow und einmal das strahlende Turtok. Was mir noch fehlt, ist das strahlende Glurak. Das habe ich in Deutsch noch nicht, in Japanisch schon. Also, das hier fehlt mir, wie gesagt, noch im Deutschen, um dann die ganze strahlende Trilogie hier voll zu machen, wenn du so willst. Das Mew habe ich schon gezogen, auch das Mewtwo, ach, Mewtwo habe ich schon gezogen, auch das Mewtwo V-Star, also Mewtwo V und Mewtwo V-Star habe ich beide schon gezogen. Meistergriff habe ich auch schon, genauso wie Dragoan, V und V-Star. Was mir hier noch fehlt, ist Melmetal V und V-Max, die beiden fehlen mir also noch. Ditto haben wir schon gezogen. Das Leta King haben wir schon gezogen und dann war es das schon mit dem Hauptset. Jetzt kommen wir dann hier schon gleich zu den Secret Rares, beziehungsweise erstmal zu den Full Arts. Da habe ich gezogen das Meistergriff als V, alternatives Artwork und auch hier das Leta King Full Art. Was ich hier noch ganz gerne hätte, wäre das alternative Mewtwo Artwork und den Professor Willow. Die hätte ich auf jeden Fall noch gerne, wobei Dragoan Full Art ist natürlich auch sehr, sehr geil. Und von den Rainbows habe ich zweimal schon Mewtwo V-Star gezogen. Ist auch die teuerste Karte aus dem Set, werden wir uns gleich nochmal angucken. Ansonsten fehlen mir hier noch alle Rainbows und auch noch die drei Goldkarten. Genau, bezüglich Preisen, wie gesagt, das Mewtwo V-Star ist die teuerste Karte mit 50 Euro, die habe ich schon zweimal. Dragoan V-Star fehlt mir noch, kostet so um die 30 Euro. Das Mewtwo alternativ auch, ab 30 Euro etwa. Das goldene Mewtwo dann schon nur noch 40, in Anführungszeichen. Und danach die ganzen Rainbows kommen, dann die Preis-Drops hier zu dem Clurac, 15 Euro. Ja, das Bisa-Floor gucken wir uns gerade mal an, so 6,50. Das Turtoc, 8 Euro. Also Clurac mal wieder die teuerste Karte. Aber wie gesagt, die teuerste Karte eigentlich aus dem Set, nämlich das strahlende Mewtwo, habe ich schon. Und das sogar gleich zweimal. Nichtsdestotrotz will ich hier auf jeden Fall das Master-Set voll machen. Das heißt, ich bin froh für jede Karte, die wir heute ziehen, die ich noch nicht hatte. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht weiter Zeit, sondern gehen direkt rein. Ich reiße mir hier gerade die Box auf. Das geht auf jeden Fall nicht, ohne die Box komplett kaputt zu machen. Also da braucht mir keine Angst. Haben bei den Dingen bei Reshealed Boxen. Dann haben wir hier noch die Spielunterlage. Die hatte ich ja das letzte Mal schon drunter gelegt. Ist aber, glaube ich, zu viel. Also zu aufregend. Da ist einfach zu viel los, um die jetzt hier drunter zu legen. Da ist hier mein Standard-Hintergrund ein bisschen angenehmer. Wir holen erstmal hier den kleinen Pin raus, der sehr, sehr cool aussieht. Ein Shiny Evoli. Moment, Autofokus. Zack. So, da ist er doch. Sehr schön, ne? Wie gesagt, strahlender Evoli-Pin ist ganz cool. Hat hier hinten so zwei Pinöppel dran und Pokémon Official Pin. Gibt's eigentlich, muss ich mal gucken, gibt's so, ich sag mal, Pin-Sammelordner. Also irgendwie so ein großer Ordner, so ein Blatt oder einfach so eine Pin-Wand, wo ich die ganzen Pins dran mache. Weil ich habe hier auch noch die Lavados, Arctos und Zapdos-Pins beispielsweise rumliegen aus dem Trainer. Boxen, aus den Team-Boxen. Da habe ich halt nichts vernünftig, um die reinzupacken, ne? Um die halt eben dann zu sammeln, tatsächlich. Die liegen hier seit sieben Monaten bei mir auf dem Schreibtisch und ich habe halt nichts, wo ich die hin tun kann oder wo ich die rein tun kann. Das ist ein bisschen doof halt eben, ne? So gesehen. Aber, ja, muss ich mal gucken. Wird's wahrscheinlich auch geben. Erstmal hier noch der Code für euch. Die Verpackung habe ich jetzt nochmal weggeschmissen. Ja, wird's unter Garantie auch irgendwas geben. Hoppala. Erst schon mal den. Ey, erst schon mal kommst du her. Erst schon mal hier den Fokus einstellen. Zack. Und dann gucken wir uns die aber auch nochmal genauer an. Strahlendes Evoli. Sehr, sehr schöne Karte. Beziehungsweise, ich gehe auch schon mal näher ran. Sehr schöne Karte. Ich muss so nah rangehen, anders packt's der Autofokus nicht. Also, strahlendes Evoli. Sehr, sehr geile Karte, wie es hier in der Höhle chillt mit den ganzen Steinen. Also, ich nehme mal an, das soll so angedeutet sein. Wasserstein, Feuerstein, Donnerstein, Blattstein und dann hier die ganzen anderen Feensteine und was weiß ich was. Die ganzen Evolutions, die es dann erreichen kann, soll das wahrscheinlich angedeutet sein. Dann hier unten dieses Crisscross-Holo-Pattern mit den Funken drauf. Funkeln, Funkeln, Sparkles, wie auch immer. Auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr schöne Karte. Jetzt ist der Fokus wieder aus dem Dings gesprungen. Einen Fokus habe ich irgendwie in letzter Zeit. Ist wieder komplett Chaos. Egal. So, also wie gesagt, strahlendes Evoli. Auch diesmal richtig gut gesentert. Das ist für mich zum Beispiel ein Grading-Kandidat. Wie sieht die von hinten aus? Die Ecken sind schön rund. Ich sehe kein Whitening. Hinten ist ein bisschen off-center, links-rechts. Oben-unten passt. Ich glaube, die schicke ich mal ein. Ja, ich weiß, zum Thema Grading wollte ich schon saulangen Videos machen. Aber, ja, wie gesagt, ich bin da noch am Abwarten. PSA Submissions. Also übrigens, ich fange jetzt hier an nebenbei. So, ja. PSA Submissions gehen ja jetzt wieder. Zumindest vom zeitlichen her. Preislich ist das immer noch mal was anderes. Da muss ich mal gucken. Vielleicht bietet sich ja irgendwann nochmal die Möglichkeit, da was einzusenden. Beziehungsweise, vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal einen Rabatt irgendwie bei den Geodudes oder so. Dass es sich da lohnt, was einzuschicken. Und dann würde ich das auch mal in Angriff nehmen. Das Ding ist halt, so PSA Submissions, die sind nie günstig. Und, ja, mit dem Geld könnte ich dann halt auch wieder neue Produkte kaufen. So, ne. Ist immer so. Muss ich immer so abwägen. Neue Pokémon-Karten kaufen. Oder die, die ich habe in Acryl packen. Was will ich mit meinem Geld lieber machen? Egal. Erstmal Faser-Nob in Holo. Und ich habe gerade schon gesehen, da hinten da klitzert es. Ich glaube, der erste Booster, der klingelt direkt. Und wir haben Mewtwo Vista. Okidoki. Die habe ich zwar schon, aber Mewtwo Vista ist auf jeden Fall eine der geileren Karten. Da beschwere ich mich auch nicht, wenn ich die doppelt habe. First Pack Magic hat auf jeden Fall gegönnt. Und, ja, es ist in jedem Pack eine Holo-Karte. Das heißt, ich kann auch nicht mit der Code-Farbe spoilern. Das heißt, ihr kriegt wieder jeden. Und, ja, es ist schön, wieder einen Kartentrick zu machen. Bei den letzten 60 Boostern. Upsa, jetzt habe ich hier gerade zwei weggezogen. Bei den letzten, kein Ditto. Ok, ich habe gerade nur wegen Weberack geguckt. Das ist kein Ditto. Bei den letzten 60 Boostern musste ich ja keins machen. Also kein Kartentrick. Ist jetzt wieder schön, einen zu machen. Und wir haben Weberack Reverse mit einem Ditto hier unten drauf. Ich überlege gerade, waren die Reverses nur Dittos oder hätte jetzt auch das Common Weberack ein Ditto sein können. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist das hier ein Ditto. Aber auch hier sehe ich doch schon wieder, dass es glitzert. Das heißt, auch das zweite Pack klingelt jetzt. Und mal schauen, was wir haben. Leta King Full Art. Ok, das ist natürlich jetzt ein bisschen unlucky, weil genau den habe ich schon. Da hätte ich jetzt lieber noch eine andere, neue, weitere Full Art gezogen. Aber wieder ein Ditto mehr. Ein Ditto habe ich auf jeden Fall schon abgepittelt. Weil da habe ich mir die Reverse Folie, also das Weberack, das habe ich mir in den Schrank geklebt. Wie so ein Aufkleber. Also ein Ditto haben wir auf jeden Fall schon abgepult. Ich weiß nicht, ob wir, also ob ich zwei gezogen habe, ob ich schon, also ob ich noch eins quasi unabgezogen habe. Das wäre mal gut zu wissen, weil je nachdem würde ich das dann abziehen oder erst mal so zulassen. Zapdos in Reverse und Zapdos in Holo direkt dahinter. Kann ich aber jetzt, glaube ich, nur schlecht nachgucken. Also ich wüsste nicht wie, müsste ich jetzt an meine Kartenboxen dran. Könnte höchstens im Video gucken. Aber ich glaube, ich lasse das einfach so, weil ich habe ja schon ein Ditto. Erstmal nochmal hier Lunastein und dahinter Taktas Holo. So, Taktas war zwar kein geiles Pokémon, aber auch dafür gibt es einen Code. Wie gesagt, schau die heute, ich schaue sie heute alle raus. Sind ja nur acht, brauche ich mir nicht am Ende einen aufheben oder so. Die kann ich ja noch einlösen. Ich habe ja nur das Online-TCG, das neue TCG Live habe ich ja nicht. Von daher bei den Neuumsatz... Oh ja! Wie geil, Alter! Strahlendes Clorock, da ist es! Genau, die waren ja auch im Reverse-Slot ganz vergessen. Okay, ja, nice. Damit habe ich alle drei Shinies, das hier ist zwar nicht so geil gesendet, aber ich halte drauf, alle drei selbst gezogen. Das ist mega nice. Okidoki. Und dahinter haben wir nochmal, oh, Despoter Holo. Das ist natürlich auch geil. Jawohl, für das Clorock-Shiny gibt es selbstverständlich auch ein Code. Und es ist vor allem geil, weil, das habe ich am Anfang gar nicht gesagt, die Box, die ich jetzt hier aufmache, die habe ich durch einen Bulg-Tausch erhalten. Also ich habe Karten, die ich doppelt, dreifach, auch teilweise 5, 6, 7, 8, 9, 10-fach hatte, habe ich weggeschickt und habe gesagt, schickt mir dafür doch bitte eine Eboli-Box. Das bedeutet, mich hat diese Box hier quasi überhaupt nichts gekostet. Ja doch, die hat mich insofern was gekostet, weil ich den Versand gezahlt habe. Also ich habe ja meine doppelten Karten dann an den Kartenladen geschickt, mit dem ich Bulg-Tausch gemacht habe. Das hat mich dann, boah, das waren, genau, ich musste gar noch nachzahlen. Ich habe ein normales DHL-Paket, quasi so eine Versandmarke gekauft, glaube ich, war das Holo. Aber als ich es dann da bei der Post abgegeben habe und die hat das auf die Waage gelegt, haben wir dann festgestellt, das waren so, ich glaube, 7 Kilo oder so. Also ich muss dann nochmal nachbezahlen. Ich weiß nicht, was ich jetzt dann versandbezahlt habe. Ich glaube, 9 Euro oder was. Also 9 Euro Versand habe ich bezahlt, plus ich habe halt eben meine ganzen, ja, doppelten, dreifachen Karten abgegeben. Und dafür habe ich dann diese Eboli-Box bekommen. Und ich meine, was wir bis jetzt schon hier rausgezogen haben, ein Ditto, ein Glurak, ein Zwo, also eine Full-Arten, eine Vista. Das war, denke ich mal, ein guter Tausch. Hoppala, jetzt habe ich hier schon zwei abgezogen. Griffel, dahinter ist der Trainer Spark. Und wir kommen jetzt tatsächlich schon zur letzten Karte für heute, weil das waren schon alle 8 Booster. Gucken, ob wir nochmal Last Pack Magic haben. Ja, wir haben nochmal Dragoran V. All right. Jawohl, dann war es das für heute schon wieder gewesen. Das ist die Ausbeute aus 8 Boostern, beziehungsweise die Karte muss man weglassen, das war ja die Promo-Karte. Aber aus 8 Boostern haben wir gezogen ein Mewtwo V-Star, Leta King, V-Full-Art, ein Ditto in Form von Bebrak Reverse, ein strahlendes Glurak und Dragoran V. Das kann ich auf jeden Fall sehen lassen. Zusammen mit der Promo-Karte finde ich, war das eine schöne Ausbeute. Jeden Kartentyp quasi einmal gezogen, plus halt eben noch der Fakt, dass das ja durch einen Bulktausch zu mir gekommen ist, diese Box. Also das war auf jeden Fall heute ein schönes, kurzes, knackiges Opening. Ganz am Ende sind wir noch nicht. Jetzt gibt es noch ein Sticker-Booster, dafür aber kurze Umbaupause. So, und da sind wir auch wieder pünktlich zurück zum Sticker-Booster-Opening. Wir gucken mal, oh, 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 Moment, hey, schon wieder jetzt scheiß Fokus. Da ist er, wir haben Bailey genannt im Englischen und zwar ist es Gary Eich. Den, glaube ich, hatte ich tatsächlich noch nicht. Das sieht doch sehr, sehr gut aus, das könnte mal wieder ein neuer Sticker sein, nachdem wir ja jetzt schon, oh, Bisa Flau nochmal, auch sehr, sehr gut. Und, nachdem wir ja jetzt schon wirklich sehr lange keinen mehr gebrauchen konnten, glaube ich, ist das hier wieder neuer. Aber gehen wir es von vorne durch. Bisa Flau habe ich schon. So, dann mit der 13 Hornview habe ich auch schon. Mit der 43 habe ich auch schon. Mit der 53 habe ich auch schon. Die 63 habe ich auch schon. Die 93 habe ich auch schon. Die 103, die habe ich ebenfalls schon. 113, auch da. Welche Überraschung habe ich schon. Und die 143, da, das gute Relaxo habe ich auch schon. Ja, die Dreierreihe, die habe ich eben schon. Und wenn du eine Dreierreihe hast, dann hast du alle Dreierreihen. Dann, wir gucken jetzt mal nach 33, ah, ich war bei 23, nee, 33 ist es. Der gute Gary, jawohl, hier unten gehört er hin. Den haben wir noch nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel Booster ich jetzt aufgemacht hatte, wo ich nichts von gebrauchen konnte. Aber es waren auf jeden Fall eine ganze Menge. Ach, scheiße, jetzt habe ich mir eben hier noch die Fingernägel geschnitten. Dann bin ich nicht mit so langen Hexenfingernägeln hier sitzen im Opening. Jetzt kriege ich den Booster nicht los. Doch, jetzt habe ich ihn los. Sehr gut. Der gute Gary Eich. Da gehört er hin. Gucken, dass es halbwegs gerade ist. Ja, habe ich ganz gut hinbekommen. Und zack, wieder ein neuer Prisma. So, dann war es das gewesen. Och, 20 Minuten erst ist ja hier kurz und knackig gewesen tatsächlich heute. Aber nachdem wir letzte Woche ja über eine Stunde hatten, finde ich, kann man das auch mal machen. So, wie gesagt, kurzes, knackiges Opening. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Restfreitag, ein schönes Wochenende. Und dann hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Mal gucken, was es dann gibt. Ja, bis dahin. Wie immer. Haliborstuch. Ciao. Ciao.